Die Bodenseeklinik Professor Dr. Werner Mang. Schönheitschirurgie, Top-Qualität zu vernünftigen Preisen. Beratung Praxis München, Maximilianstraße. www.bodenseeklinik.de Ich durfte heute mal auf eine Männerwiesn. Florian Odendahl ist heute hier beim Olymp der Trachtengötter. Wie fühlst du dich so als Trachtengott? Ich weiß nicht, ob ich ein Trachtengott bin, aber ich fühle mich sehr wohl. Ich meine, es regnet zwar, aber es ist ein schöner Tag auf der Wiesn. Ich bin mein Sechster und bin froh oder glücklich, dass ich eingeladen wurde. Lauter coole Typen. Wenn ihr Männer hier so unter euch seid, worum geht es dann da so? Ich kam mir erst an, es wird wahrscheinlich gehen um Autos, um Bier, um Mode und um Frauen. Natürlich um Frauen. Natürlich um Frauen. Es geht aber auch um einen guten Zweck hier bei euch. Es ist richtig, es geht um Prostspenden für die Münchner Tafel. Und ja, ich bin Prostspender. Und das ist eine gute Sache und ich finde es toll, dass das so zusammenpasst mit der Wiesn. Und das ist ein guter Anlass und das ist schön. Dann wünsche ich dir hier noch einen schönen Tag als Trachtengott und Prostspender. Dankeschön. Ciao. 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 Ciao.